... Die Wipperei nimmt schon die Star-Ebenen kaum. Ich komme aus Amtruher. Ich brauche Hüste. Darf mich in die Wüste. Meine Knochen sind nicht für die Kälte gemacht. Nach ihrer angehenslichen Affäre mit Ryan Reynolds will die 36-Jährige jetzt übrigens das Single-Sign üben, sagt sie selbst. Also mit diesen heiß-kalten Bildern könnte das ein bisschen schwierig werden. Style-Check In München hat Udo Liebenberg am Abend bei der Video-Entertainment-Light einen Video-Champion für eine herausragende Leistung von dir bekommt. Aber wir finden, der Udo müsste langsam oder sich auch mal einen Bierenkreis für seinen Style bekommen. Style-Style Ja, keiner kann das so wie wir. Style-Style, ja, 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 okay, das ist eine Automatik. Ja, okay, ganz deutlich besprechen kann er auch. Ja, genau. Ich mag ihn. Er war der Fatboy von Deutschland-Super-Superstar, Menorin Fröhlich. Seit 9 Monaten verbricht er seine Hauptsprache in der JVA Darmstadt. Und mit Trugs- und Körperverletzung sitzt der 24-Jährige noch bis kurz vor Weihnachten dort ein. Wir haben Menorin jetzt getroffen. Freiheit, zumindest drübergehend. Für einen Videodreh wurde ihm nämlich jetzt Freigang benötigt. Und dabei hat Alexander Dolecek und David Montserrat Einblicke in sein angeblich geläufeltes Leben gegeben. Pablo. Pablo. Ich bin. Sport, gesunde Ernährung, sagt er. Die Zeit im Gefängnis hat ihn aber nicht mehr äußerlich verändert. Der Aufenthalt hinter Gitter nicht hinterlässt Spur. Dieser Stör für seine Familie gefangen zu sein und auch Kinder gefangen zu sein und einfach nicht das Ausrede zu können, was man mit uns gerne machen will. Das ist wirklich hier, ich würde es meinen schlimmsten Teilen wünschen, sich einsperren zu lassen. 48 Stunden Freiheit oder besser gesagt Freigang hat er erhalten und die nutzte er. Videodreh für seine Weihnachts-Single Waiting for Christmas. Menuhin wirkt entspannter. In der JVA absolviert er eine Anti-Aggressions-Therapie. Rückblick. Vor über einem Jahr ist Menuhin der Star bei DSDS. Die Fans liegen ihm.